Leiden Sie an ständigen Schmerzen am Hüft- oder Kniegelenk? Mussten Sie feststellen, dass alle Möglichkeiten der konservativen Therapie ausgeschöpft sind, aber Sie möchten endlich wieder mobiler sein? Dann lautet die Lösung nun Endoprothese, ein künstlicher Gelenkersatz. Mein Name ist Dr. Christoph Berry und ich bin Chefarzt in der Klinik für Orthopädie und Unfallhygi am St. Vincent's Hospital in Dienstlagen. Gemeinsam mit meinem Team biete ich Ihnen im Rahmen unseres Schnellläuferprogramms eine innovative und effektive Möglichkeit, schnell wieder fit zu werden. Das Schnellläuferprogramm verfolgt das Ziel, Ihre Mobilität nach der Operation so schnell wie möglich wiederherzustellen. Sie erhalten von uns ein Rundum-Sorglos-Paket. Vor der Operation beginnen wir mit einem Schulungstag in unserer Klinik. Sie haben die Gelegenheit, sich mit Menschen gleicher Erkrankungen auszutauschen und Sie erfahren alle wichtigen Aspekte unseres speziellen Schnellläuferprogramms. Alle Fragen zu den Eigenschaften unserer Prothesen beantworten wir Ihnen ausführlich. Wir haben einen hohen Anspruch an die Qualität der verwendeten Produkte und erläutern Ihnen die Besonderheiten unserer Operationstechniken, damit Sie sich sorgenfrei in unsere Hände begeben können. Sie werden optimal auf die bevorstehende Operation und die anschließende Rehabilitation vorbereitet. Am Schulungstag lernen Sie Ärzte und Begleiter während Ihres Schnellläuferprogramms kennen. Wir arbeiten eng mit unseren Kollegen und Ihnen zusammen. Wir begleiten und unterstützen Sie auf Ihrem Weg in Ihre neue Mobilität. Beim Operationsvorgespräch klären wir Sie individuell über den Eingriff an Ihrer Hüfte oder an Ihrem Knie auf. Durch ein schonendes, minimalinvasives Operationsverfahren stellen wir schon dort die Weichen für einen schnellen Heilungsprozess. Bereits am OP-Tag beginnen wir mit der Beübung und Sie machen Ihre ersten Schritte mit Unterstützung unserer Physiotherapeuten. Ab diesem Moment starten Sie in Ihr neues Leben voller Beweglichkeit. In den anschließenden sechs bis neun Tagen setzen wir gemeinsam mit Ihnen und den anderen Teilnehmern des Schnellläuferprogramms Ihre Physiotherapie im St. Vincenz Hospital fort. Von Tag zu Tag werden Sie beweglicher und dürfen dann mit Ihren erlernten Fähigkeiten unsere Klinik verlassen. Zu diesem Zeitpunkt hat sich der Sozialdienst bereits um die Reha im Anschluss an die stationäre Behandlung gekümmert. Wir bereiten Sie im gesamten Team optimal auf Ihre ambulante oder stationäre Reha vor, damit Sie nahtlos auf Ihre erlernten Fähigkeiten aufbauen können und ein bestmögliches Operationsergebnis erzielen. Ich freue mich auf Ihre Anmeldung zum Schnellläuferprogramm. Ihr Dr. Christoph Werning.